Wie Alicia Jo ihre Zuschauer manipuliert Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut Liebe geht raus an die Community Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Wie Alicia Jo ihre Zuschauer manipuliert Das ist quasi die Antwort von ein Gollern auf das Video, auf welches wir auch reagiert haben Kann ich mal unten verlinken oder eine Infokarte einblenden Von Alicia Jo gegen Ketzer der Neuzeit und ein Gollern Und ich hab mir gedacht, weil wir uns das ganze Alicia Jo Video auf Krampf, muss ich schon sagen, reingezogen haben Weil ich fand's echt anstrengend, ihr zuzuhören auf so lange Zeit Das war echt schon so, boah, Digga Ja, ihre Art und Weise kam für mich halt sehr aufgesetzt und die Sprache und so Deswegen, es war schon anstrengend, wir haben's trotzdem gemacht Deswegen gehen wir jetzt auch mal in die Reaktion von ein Gollern rein Und gucken mal, was die Süße dazu gesagt hat Liebe geht raus auf jeden Fall an ein Gollern Liebe geht raus an die ganze Community Lasst Daumen nach oben da, ich schreib ein Kommentärchen Abonniert diesen YouTube-Kanal und unterstützt mich Ich würde sagen, der Peter geht los, Diggi Let's go Die YouTuberin Alicia Jo hat mir unterstellt, dass ich meine Zuschauer manipulieren würde What the f*** Wo ich ihre Recherche für aufgesetzt dramatisch halte, das erfahrt ihr heute Vielleicht seid ihr in den letzten Monaten über Videos wie dieses hier gestolpert Ich hab sie am Anfang direkt als weibliche Persönlichkeiten angesprochen Ich hoffe, das ist ihnen jetzt nicht zu nahe gekommen, cooler wäre es neutral anzusprechen Ja Ich bin nicht zu nahe genommen, sie haben diskriminiert Ich find Ich find Ich find Das ist so ein krasses Meme, Digga Wie die das betont auch und so Sie haben diskriminiert Da lacht die doch so und schlürft in ihren Eis rein, Digga Das ist so crazy, Bro Das ist so ein krasses Meme, Digga Fuck Ist nicht zu nahe gekommen, cooler wäre es neutral anzusprechen Ja Sie haben diskriminiert Bro Also ich kann mir vorstellen, wie viele Klicks hat das auf Das hört sich allein, mein Ohr ist so ein Meme-Ohr, Digga Ich weiß, was mein Ohr Mein Ohr weiß genau, was viral gehen kann Und ich sage dir, dass diese Szene auf jeden Fall safe mehr als 4 Millionen Klicks hat, oder? Safe Auf TikTok und Reels und so Ich hab diskriminiert, ja Warnung Dieses Video ist nur für selbstdenkende Menschen Mit Humor geeignet Selbstdenker mit Humor, Digga Da fühlen wir uns angesprochen, Chat, oder? Das ist ein Clip für Button, ja Digga, safe Oh Digga, ich brauch das als Button, Digga, hast recht Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir Ich hab so viele Nachrichten von euch bekommen Mit dem Wunsch auf dieses Video mal zu reagieren Und vor allem der Matt in Germany hat sich's, glaube ich, mehr als gewünscht In dem Sinne, liebe Grüße an dich Ich freu Sie haben diskriminiert Auf die Reaktion von der Reaktion der Reaktion Bevor wir ins Video reinschauen, möchte ich euch natürlich meinen indirekten Gast vorstellen Es kann ja sein, dass jemand von euch da draußen die Alicia Jo noch gar nicht kennt Ihr richtiger Name ist Alicia Jo Esther, geboren 1996 Und sie ist eine deutsche Web-Videoproduzentin Influencerin, Streamerin, Autorin und Podcasterin In ihrer Anfangszeit auf YouTube lud sie vor allem sehr interessante Schminkvideos hoch Hautz, Naaman Alicia Dinnman, Alter Was macht die da? Wer bist du? Hat die sich zu dem Zeitpunkt als Fisch identifiziert? Oder was ist der Film dahinter jetzt gerade? Und falls es da draußen Okay, that's creepy, bro Gibt er sich gerne mal als Fisch identifizieren möchte Findet ihr auf ihrem Kanal auf jeden Fall die perfekte Anleitung dafür Andere Tiere gehen natürlich auch Wir wollen ja What the fuck? Bruder Ausgrenzen Die Dame kann nicht nur schminken, sondern auch singen Und lud damals auch Parodien hoch Und machte sich somit über diese Rapper lustig Sich somit über diese Rapper lustig Bro Kommt mir ein bisschen so vor Als ob die Jungs in den Ends Alicia So mäßig eigentlich alles für den Film gemacht hat, oder? Kommt mir das nur so vor Das könnte auch ihre aufgesetzte Art in ihrem Video Was wir uns reingezogen haben, äh, erklären Vielleicht ist das gar nicht Alicia Sondern Manuel Neuer Ski Alicia Jo hat im Gegensatz zu mir Ein Management und vielleicht sogar ein ganzes Team Welches hinter ihr steht Und ihr bei Recherchearbeiten oder sonstigen Arbeiten hilft So kam es mir zumindest vor Als ich ihre E-Mail erhalten habe Die sie am 2.04.2024 um 2 Uhr nachts rausschickte Am Ostermontag, am Feiertag Hätte ich mir persönlich nichts Besseres vorstellen können Und ja, vielen Dank für die Nachfrage Diese E-Mail hat mich wohl auf erreicht Die Deadline, um auf diese E-Mail antworten zu können War der dritte, vierte um 20 Uhr Da ich... Ah jo, Digga ...durch die E-Mail erst am dritten, vierten nachmittags gesehen habe Hatte ich effektiv ein paar Stunden Zeit Darauf zu antworten Warum macht man sowas, Digga? Wenn du wirklich eine Reaktion von ihr haben willst, Digga Dann schick doch ein, zwei Tage vorher Oder drei Einfach nachts um zwei Digga, das ist schon eklig aber, ne? Wenn ich ehrlich bin Die haben das Video bestimmt schon viel länger fertig gehabt Einfach 2.04.2024 um 2 Uhr nachts schickt die die E-Mail raus Und am dritten, vierten um 20 Uhr wird das Video veröffentlicht So What the fuck, Bro? Das ist schon eklig Das ist doch Quatsch, Digga Das macht doch gar keinen Sinn Das ist ehrlich gesagt zu blöd darauf zu antworten Denn ich wusste, dieses Video ist schon fertig Und wenn ich jetzt darauf antworte Mir sogar, im Zweifelsfall, Mühe gebe Dann wird am Ende des Videos Ein paar Sekunden was von mir eingeblendet werden Und meine Vermutung hat sich bestätigt Denn der Ketzer der Neuzeit Der auch in diesem Video vorkommt Hat darauf geantwortet Und wie gesagt Seine Antworten wurden ein paar Sekunden Am Ende des Videos eingeblendet Find ich... Guck mal, Digga Ich hab das... Wir haben das nicht mal gesehen, ne? Ich hab das gar nicht gesehen Das ist in dem Video Das Ketzer der Neuzeit Wir haben den Kommentar unten drunter gesehen Aber wir haben nicht gesehen Dass die Antwort eingeblendet wurde Mann, das ist Heuchelei Das ist doch egal Die wollte gar nicht Die wollte nur so auf Krampf Dass wenigstens eine E-Mail rausgeschickt wurde Ähm Aber ein richtiges Statement Von denen wollte die auch nicht haben Die hat ja auch auf Krampf Einfach versucht Die beiden als Also als Als schlechte Journalisten Als Als Manipulateure Und als Ja, als Einfach zu frame In diese Richtung rein So Weißt du, das war ihr Ziel mit dem Video Da war nichts Neutrales dabei Hatte ich auf jeden Fall nicht das Gefühl Dass die da neutral rangegangen ist Ein bisschen frech Ein paar Sekunden von 44 Minuten Video Das ist halt so Großteil von Deutsch YouTube Mainstream vor allen Dingen Würde ich sagen Das sind so die Art Das ist so die Art und Weise Von den JungsInnen Da hätte ich mir mehr erhofft Also schauen wir uns Die erste Kritik An meinem Content an Und so kam es Dass ich mir die Accounts Der beiden Creator Also ein Gollarn Und der Account vom Ketzer Der Neuzeit Die Übrigens auch sehr oft Zusammendrehen Videos Mal genauer angeschaut habe Ich weiß nicht Ob man das Wort oft benutzen kann Wenn wir schon über ein Jahr Nichts mehr zusammen gedreht haben Aber gut Viel interessanter finde ich es Auf welche Videos Sie von uns reagiert hat Und auf welche nicht Denn das zeigt auch schon einiges Es gibt übrigens auch Themen Bei denen wir einer Meinung sind Wie zum Beispiel das Gender-Thema Was wir beide auf unsere Art Für schwachsinnig halten Aber das in irgendeiner Art Und Weise reinzubringen Oder mal zu erwähnen Dass es auch Überschneidungen gibt Zwischen ihrem Content Und unserem Content Das wird wahrscheinlich Nicht in ihr Framing passen Weil man Ja, das passt nicht rein Wird ja nicht mit den Rechten Einer Meinung sein Mensch, so schnell kann man lernen, oder? Naja Nach einigen anderen Videos War ich dann doch Bitterlich Enttäuscht Oh Gott Das tut mir leid Offenbar sind auch Ein Ihrer Zuschauer momentan Von ihren Videos enttäuscht Ich werde das Video Nicht weiter gucken Wenn die Scheiße hier losgeht Da merkt man aber auch Den Unterschied, finde ich, ne? So eine Eingollern zum Beispiel Die ist einfach ganz normal Die ist so, wie die ist, Digga Weißt du, das merkst du richtig Ist einfach so normal Sitzt da und erzählt so Und ist authentisch Oder nicht? Wenn wir jetzt darüber reden Ob Also dann werde ich mir die Scheiße Nicht mehr reinziehen Das kannst du vergessen Der Bruder hat auch Krass positiven Weib Wenn ich das so sagen darf An der Stelle Eins Falsche Fakten Und Fehler Noch weniger Faktisch fundiert Wird es in dem Video Wie Musik Unsere Kinder ruiniert Geil, dass die die Stimme Jetzt so quietschig gemacht hat Extra noch ein bisschen Von Eingollern Hier geht es um die Musikindustrie Und wie sie unsere Kinder Negativ beeinflusst Schwierig wird es Wenn in eine Eigentlich berechtigte Debatte Irrationale und absurd emotionale Theorien Mit eingewebt werden Für die es keine faktische Grundlage Webe den Männer Webe den Männer Da gib mir die ein Baby-Vibes Sister So geht es im besagten Video Auf einmal um den Symbolismus der Freimaurer Quelle Vertrau mir Bruder Boah, das ist schon hart Ne Also es ist schon wirklich hart Ich muss mich auch echt zusammenreißen Weil ich bin nicht der Typ dafür Der sich über andere Menschen lustig macht So, ne Aber diese Ihre Ihre Boah, der gerade Ich muss echt Woosa Mach einfach deine Augen auf Also es werden zwar Quellen Angegeben Die hat einfach Die hat einfach Gänsefüßchen gemacht Und dann mit den Fingern geschnipst, Bro Mach einfach deine Augen auf Also es werden zwar Quellen Angegeben Bruder, die fühlt sich hardcore, ne Die fühlt sich halt richtig krass Was ja erstmal nichts Schlechtes ist So Boah, der gerade Boah, der gerade Alicia, ich liebe dich So Ich hab dich gern Ich muss das kompensieren So Wir lieben Alicia So Aber keine Die auch nur in irgendeiner Form Ganz genau das belegen Was im weiteren Video von sich gegeben wird Es kann aber kein Zufall sein Dass jeder Künstler Jeder Musiker Aus Deutschland Amerika Die gleiche Symbolik verwendet Und das in jedem Video Stars wie Madonna Eminem Bob Dylan David Bowie All diese Stars Und die haben da alle mitgemacht Als eine Person Die gefühlt Die komplette Diskografie Von Eminem Auswendig kennt Kann ich sein Also Um mal nur ein paar Beispiele zu nennen Weder in diesem Video Noch in diesem 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 Kommt derart Symbolik Oder Nacktheit vor Das ist falsch Sie zeigt ganz stolz Sechs Videos In dem sie keinerlei Symbolik gefunden hat Ich kann euch aber schon Zwei Beispiele aus dem ersten Video zeigen In dem wir Symbolik finden Wie wir an diesem An diesem Bild Sehen können Es ist Geil wie die das eben auch Mitbetont hat Ich fühle die Eingollern Das Video fühle ich krass Symbolik finden Wie wir an diesem Oder an diesem Bild Die macht das Was ich gerne machen würde Aber nicht mache Wegen Moral und so Aber ja Ganz klar exposed Bro Guter Job Eingollern Die Zeichen waren da Was sagst du jetzt Ali Ist ja meine Jutste Es ist ja anstrengend So zu reden Und ich frage mich die ganze Zeit Ob sie bewusst so redet Damit ihre Videos Maximal dramatisch wirken Oder Ob sie wirklich so redet Aber das glaube ich irgendwie nicht Denn es gibt auch einfach Ganz normale Interviews von ihr Wo sie normal spricht Also erstens Habe ich da keinen Bock drauf Und zweitens auch keine Traute rein Dass das funktioniert Da sieht Das siehst du auch direkt Jeder Mensch Der ein bisschen Menschenkenntnis hat Fühlt direkt Dass die hier Viel echter ist Als in diesen anderen Videos Gib dir das mal Digga Also erstens Habe ich da keinen Bock drauf Und zweitens auch keine Traute rein Dass das funktioniert Da Das ist ein Mensch Digga Das ist ein echter Mensch Das andere ist einfach nur Roboterhaft NPC Digga Das ist wie diese TikTokerin Die diese Komischen Geräusche machen So Kennt ihr die? So Verstehst du wie ich meine? Also Naja Nach Einigen Anderen Videos Digga Guckt euch mal den Switch an Bro Krass Wie normal spricht Also erstens Habe ich da keinen Bock drauf Und zweitens auch keine Traute rein Dass das Bruder hier ist sie voll sympathisch Digga Sag ich dir ehrlich Also Naja Nach Einigen Anderen Videos War ich dann doch Bitterlich Enttäuscht Denn durch ihre Sprache Habe ich persönlich die ganze Zeit das Gefühl Oh mein Gott krass Jetzt kommt was Spannendes Jetzt kommt was richtig krasses Sie hat irgendwas aufgedeckt Sie hat Also ich habe da ein anderes Gefühl bei gehabt Eingonan Sag ich dir ganz ehrlich Hat draufs Herz Deswegen eine Fehler gefunden Und dann Erklärt sie das Und du denkst dir so Ach das war es jetzt Oder kommt da noch Was Und das ging eigentlich die ganzen 44 Minuten bei mir so Aber um nochmal auf das Video zurückzukommen Ich glaube jeder von euch hat jetzt gesehen Dass diese Symbolik vorhanden ist Was die Symbolik bedeutet Und was das auch anrichten kann Das ist nochmal ein ganz anderer Und eigentlich viel wichtigerer Punkt Aber darauf geht sie gar nicht ein Die Zeichen die ich vorher angesprochen habe Sind also in diesen Videos zu sehen Aber da es wirklich ein sehr komplexes Thema ist Kann ich euch nur empfehlen Euch das ganze Video in aller Ruhe anzuschauen Und euch dann eure eigene Meinung zu bilden Wenn ihr übrigens die langen Version dieses Videos sehen wollt Dann folgt mir gerne auf Patreon Hier findet ihr exklusive Videos Und unterstützt gleichzeitig mein Team und mich Und jetzt kommen vermutlich wieder die Leute Die auch unter dem Böhmermann Video kommentiert haben Ja ist doch völlig normal Dass Leute mal Fehler machen Oder sich mal im Ton vergreifen Du suchst dir ja auch wirklich völlig gezielt Einfach nur konkrete Beispiele raus Die es da gibt Und hackst dann da drauf rum Meiner Meinung nach Die selbstreflektierteste Stelle im ganzen Video Hier im Video Ich bin rechts Zitiert ein Gollarn Einen Artikel über sie Und Influencer-Kollegen In welchem folgendes steht Es geht direkt volle Kanone los Mit einem Zitat Wir werden so Wir werden so degeneriert Und abgefuckt Über die Ideologie Die uns eingebrainwashed wird In Klammern steht cis Also dass es eine männliche Person gesagt hat Finde ich jetzt unnötig Das da reinzuschreiben Weil damit wird ja auch Ein Zitat verfälscht Sig steht beim Zitieren dafür Dass die zitierte Person Ein Wort benutzt hat Welches es in der deutschen Sprache Nicht gibt Das stimmt Da habe ich Sig mit Cis verwechselt Und in den Ich habe in meinem Video Sitsch gesagt Sitsch Welche Sprache ist das eigentlich Wo das C wie so ausgesprochen wird Türkisch auch oder? Direkt als das Video veröffentlicht wurde Und die ersten Kommentare reinkamen Viele Kommentare geliked Die mich eben auf diesen Fehler Aufmerksam gemacht haben Also vielen Dank an meine Net-Community Die mir einfach konstruktive Kritik gibt Oder mich auch mal Auf kleine Fehler aufmerksam macht Denn ich meine Wir sind alles Menschen Jeder macht von uns mal Fehler Oder Alicia? Wir alle machen Fehler Egal ob Journalist Satiriker Oder YouTuber Ich selbst schließe mich dann aus Und setze mich auch gerne An erster Stelle Ja, dann passt doch alles Dann verstehen wir uns Des Weiteren kritisiert sie Das Wort reingebrainwashed Da ich in einem Interview gesagt habe Dass der Verfall der deutschen Sprache Spürbar ist Und dass wir auch öfter Anglizismen benutzen Was ja auch stimmt Und ich selber benutze auch Anglizismen Reingebrainwashed Das ist grammatisch falsch Also sick Und das ist jetzt doppelt Warum sick überhaupt? Was soll das heißen eigentlich? So eine Abkürzung, oder? Feinlich, wenn man da jetzt Dem Magazin einen Strick draus Why so cringe? Sie redet doch normal Sieh dich mal an Haut's da, Mann? Wenn man sich selber häufiger über den Verfall Der deutschen Sprache beschwert Doch hätte sie genauer recherchiert Bruder, du hast gerade erst eingeschaltet, ne? Hast du gesehen, wie Alicia Jo normalerweise redet Und in diesem Video redet? Also wenn sie normal ist, wie sie redet Und wie sie in diesem Video redet Das hat man eben ganz klar gesehen Oder bin ich der Einzige, der das gemerkt hat? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube der Großteil vom Chat Oder von den Zuschauern hier Hat das auch Gerecognized, wenn ich das so sagen darf Wüsste sie, dass ich diesen Satz Reingebrainwashed wird Nicht gesagt habe Sondern, dass das der liebe Aaron Moorhoff war Der uns auf unserer Reise begleitet hat Liebe Grüße an dich übrigens Ja, wir nehmen bald ein Interview auf Ich bin bereit Er hat diesen Satz gesagt Und hat eben das Wort Reingebrainwashed gesagt Aber mir wird es jetzt unterstellt Dass ich das, was ich kritisiere Selber tue Wenn ich dann Stanislavski Faust oder irgendwas lese Dann lese ich das Und ich sehe die Bilder Und ich denke mir Hammer Wie die Menschen damals schreiben konnten Das würden wir alle hier nicht mehr hinkriegen Und es ist so eine Farbe Und es ist so schön Und dann gucke ich Läufe ich durch Berlin Und sehe dann an jedem zweiten Haus Einen Regenbogenfaden Und irgendwelche gegenderten Werbeplakate Und denke mir Wo sind wir jetzt gelandet? Haben sie ja auch eben gesagt Der schreibt gerade im Chat Hast du dich mal angeschaut Und was du kommentierst Brudi, du bist so viel schlimmer Es geht ja nicht um schlimmer oder nicht Ich bin real Ich rede so, wie ich rede Ich würde mit dir Wenn du mich jetzt triffst Hier in Tulum zum Beispiel Wenn du hier mal zum Urlaub kommst Du bist natürlich herzlich willkommen Und mich mal triffst Irgendwo am Beach und so Ich rede nicht anders Als ich hier im Stream rede Darum geht es doch eigentlich Es geht doch gar nicht darum Dass jemand eine eigene Art Von Redensart hat Es geht um aufgesetzt Um Fake Um jemanden spielen Der man eigentlich nicht ist Darum geht es Und das mache ich nicht Das nennt man Authentizität Und das merkt man Wenn Leute einfach aufgesetzt spielen Und nicht authentisch sind Und ich finde Authentizität immer geiler als Gefaked, gespielt Aufgesetzt Das ist meine Meinung, Bruder Jeder soll so machen, wie er denkt Dass sie schon mal Erfahrung mit Der Cancellung auf Da haben wir schon wieder die Anglissismen Auch nochmal ein ganz anderes Thema Niemand hat hier gesagt Dass ich besser rede als sie Oder so ein Scheiß Es geht hier auch gar nicht darum Wer besser redet Oder wer dümmer ist oder nicht Sondern es geht einfach nur Einzig und allein darum Was echt real ist Und was aufgesetzt fake ist Das ist das einzige Thema hier gerade Hate yourself Was so viel bedeutet wie Das hast du dir selbst zu verdanken Funktioniert nicht Denn ich bin nicht in meine Eigene Falle getappt Sondern dieser Satz Ist einfach nicht von mir Man hört sogar Das ist eine Männerstimme Ich hab dich liebt Ma Jutsda Wir werden so degeneriert Und abgefuckt Über die Ideologie Die uns eingebrainwashed wird In diesem Video Wird ein RTL-Format Als Beispiel für Sexuelle Verrohrung eingeblendet Und danach Wird dieser Satz gedroppt Wir leben in einer Zeit In der wir selbst mittags Am helllichten Tag Nicht mal mehr den Fernseher Für unsere Kinder anmachen können Denn dort könnten sie auch Nackte Brüste Oder andere Körperteile sehen Also Bock auf mehr mit ihm Hab ich jetzt nicht Ich hab ihn ja jetzt einmal gehabt Von uns ganz nett so Da kannst du eigentlich Den Fernseher aus dem Penzer schmeißen Ich meine wir zahlen immer noch Alle die GEZ-Gebühren Und bezahlen dann den ganzen Spaß da auch noch Ja also Wäre mir neu Dass Temptation Island und Co Jetzt auf den Öffentlich-Rechtlichen laufen Das wäre mir auch neu Aber es macht auch keinen Unterschied Ob ich zwanghaft Oder freiwillig Den Sender finanziere Die Kernfrage ist doch Warum wir in einer Gesellschaft leben In der es normal ist Dass Jugendlichen zu viel Üben So darum geht's eigentlich Dass sie gesagt hat Dass man nicht mehr safe sein kann Wenn man mittags den Fernseher einschaltet Dass man keine sexualisierten Szenen Sieht irgendwie so Es geht jetzt eigentlich auch nicht darum Dass die GEZ-Gebühren Das finanzieren quasi Der Hauptpunkt Hab ich gefühlt auf jeden Fall war Dass wenn man den Fernseher einschaltet Und mittags irgendwo Dass man nicht safe davor ist Dass man irgendwelche Sexualisierten Szenen sieht so Ja das wird jetzt nicht Von den GEZ-Gebühren Finanziert Aber die Produzieren auch Einigen Müll In die Richtung Wenn ich das so sagen darf Sexualisierte Inhalte Vorgeschlagen Bruder Ich küsste ein Herz Digga Frauen aufgrund ihres Aussehens Zu kommentieren Ist unnötig Wie jetzt Digga Wer hat jetzt auf Aussehen kommentiert Bro Du bist lost Digga Lass mal stecken Digga Wenn du es nicht fühlst Was ich sage Dann kannst du auch gerne Dir irgendwas anderes reinziehen Ich hab dich lieb Mein Jutzer Bleib entspannt Der gezeigte Video Ausschnitt War ein Beispiel dafür Dass man heutzutage Nicht mehr den Fernseher Anmachen kann Weil die Kinder eben Zu freizügige Menschen Zu Gesicht bekommen Ich kann aber auch gerne Andere nicht kindergerechte Beispiele einbringen Jeder von uns weiß Dass mittags im Fernseher Auch mal Werbung Von zum Beispiel Amoreli läuft Oder auch von Eis.de läuft Da gab es sogar Petitionen von Eltern Die sich dafür Sexspielzeug oder was Digga Bruder ich bin froh Dass ich keinen Fernseher mehr Also keinen normalen Fernseher mehr gucke Eben solche Werbung Nicht am helllichten Tag Im Fernseher laufen Und außerdem gibt es auch Vom Öffentlich-Rechtlichen Bezahlte Formate Die nichts für Kinder sind Ganz einfaches Beispiel Funk mit dem Kanal Auf Klo Denn auf diesem wunderbaren Kanal Auf Klo Geht es sehr oft Sehr sehr oft Um Sexspiel Und ja YouTube ist offiziell Erst ab 13 Aber wir wissen alle Dass sich auch Kinder In jüngeren Jahren Auf dieser Plattform Herumtreiben Und ich weiß ja nicht Was ihr so mit 13 Gemacht habt Aber fürs Sex Hab ich mich da Nicht interessiert Da muss ich ganz klar gestehen Mit 13 War der Bruder Schon aktiv Auf die Ja 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 Da brauche ich jetzt Auch nicht lügen Digga Also ich war jetzt Nicht sexuell aktiv Natürlich Mit 13 Aber da ging es schon los So langsam Weißt du wie ich meine So abends mal ESF-Werbung Bisschen gewartet So Bis Nach 12 Äh Äh Ja Was soll ich dir sagen Digga Ich Wann hast du deine Jungfreulichkeit verloren Mit 17 erst Mit 17 erst Und wie auch in einem meiner letzten Videos Erwähnt Auf den Kanälen Wie Kika Werden auch Themen Wie Pornos angesprochen Völlig normal Wenn ihr das Bedürfnis habt Euch Pornos anzuschauen Und da sag ich euch ganz ehrlich Das hat da nichts zu suchen Gleichem Video Wird auch Dieses Buch hier eingeblendet Papi Hast du ein Baby im Bauch Und dazu Dann das gesagt Zum Glück Kommen aber auch ganz wunderbare Kinderbücher auf den Markt Wie zum Beispiel Papi Hast du ein Baby im Bauch Papi Kann kein Baby im Bauch haben Weil Papi Nicht schwanger werden kann Die Frau kriegt das Kind Und nicht Papi Papi hat kein Baby im Bauch Naja wenn man mal 3 Sekunden Recherchiert hätte Wüsste man dass es in diesem Buch Genau darum geht Nämlich dass Papi Kein Baby im Bauch haben kann Papis Bauch ist etwas dicker Weil er vielleicht gerne isst Und das Kind Warum nennt man das Buch aber so Digga Das ist für mich eigentlich Das Thema auch mehr weißt du Warum nennt man das so Das alleine verwirrt doch schon Das muss man doch gar nicht In den Titel reinschreiben Aber man spielt damit bewusst Durch eine Leihmutter gezeugt Aber diese Recherche Hätte wahrscheinlich nicht Ins Framing gepasst Je länger ich das Video gucke Desto frecher finde ich das Denn hier werden mir mal wieder Sachen in den Mund gelegt Die ich so nicht gesagt habe Oder es wird so zusammengebastelt Und zusammengewürfelt Dass es dann am Ende so aussieht Als hätte ich was ganz Schlimmes gemacht Ich habe jediglich gesagt Dass Männer keine Kinder kriegen können Und Das nennt man Framing Digga oder? Diese Ansicht habe ich immer noch Es ist ja wirklich bescheuert Dass wir uns jetzt bei so einem Thema Hier streiten müssen Und übrigens habe ich das Buch Komplett Ja Ja Generell nicht kaufen Denn allein schon die Frage In dem Titel Papi hast du ein Baby im Bauch Wäre mir einfach zu viel Meine Kinder So Wollen lernen Dass wenn nur Mami das Baby im Bauch hat So Wo er ins Framing passt Ist ein anderes Buch Mit dem Titel Wie Lotta geboren wurde Und da geht es tatsächlich Um einen gebärenden Vater Also Um einen Transmann Weißt du Das ist doch alles viel zu kompliziert Also wenn ich das jetzt nicht mal Mehr hier hinkriege Wir sollen das dann Kinder verstehen Und wie schon bei dem anderen Buch erwähnt Das Facts Würde ich meinen Kindern Auch nicht kaufen Und da Das verwirrt die JungsInnen Auch nicht in diesem schwulen Pärchen Geschieht was Unglaubliches Denn der Tom PenisträgerInnen Digga Wer kennt diesen Meme Den ich gepostet hab Letztes in meiner Story Ich muss da nochmal drauf zugreifen Jetzt hier Aber vor allem Der Das Pudelskern Natürlich Wem sein Kern? Pudelskerne Tittenbeeren Alter Muss ich mal jetzt googeln Ganz kurz Woher kommt der Spruch Das Pudelskern Bedeutung Der wahre Sachverhalt Die Auflösung des Rätsels Heinrich Faust Der unfähig ist Das Leben zu genießen Und nach mehr Wissen strebt Trifft bei seinem Spaziergang Einen Pudel Der sich eigenartig verhält Und ihn verfolgt Später Verwandelt sich der Pudel In den Teufel Mephisto Der erstaunt Dr. Faust Erkannte Erkennt Des Pudelskern Ach du Scheiße Da haben wir was gelernt Siehste Kann man von Von so einem Wokey auch nochmal was lernen Hier So aber kommen wir jetzt mal Zum Pudelskern Digi Wieso? Wieso? Das ist aber vor allem Des Pudelskern Natürlich die Frage Wieso Haben PenisträgerInnen In dieser Stadt Einen privilegierten Zugang Zu Pissoirs Steb Wieso Digga? Kann mir das einer von euch erklären? Warum diese Schwanzträger Diese komischen PenisträgerInnen Obwohl Penis ja eigentlich Ein männliches Glied ist Und das schon bedeutet Dass es ein Mann ist Und das Innen eigentlich Voll schwachsinnig Da hinten dran Angetan wurde Aber warum? Das ist ein Unding Digga Das ist ein Unding Und SitzpinklerInnen Haben eben die Warum heißen die aber nicht VaginaträgerInnen Sondern SitzpinklerInnen Das verstehe ich jetzt nicht ganz Da fühle ich mich jetzt Als Penisträger Bisschen diskriminiert Dass nur bei mir quasi Bei meinem Geschlecht Mein Genital genannt wird Und bei dem weiblichen Geschlecht Einfach nur SitzpinklerInnen Gesagt wird Jungs Fühlt ihr das auch? Also ich fühle das gerade Richtig im Herzen so PenisträgerInnen In dieser Stadt Einen privilegierten Zugang Zu Pissoirs Stehpissoirs Und SitzpinklerInnen Sie haben diskriminiert Sie haben diskriminiert Das ist ganz klar Männerdiskriminierung So würde ich sagen Auf einem krassen Level auch Eben diesen privilegierten Zugang Nicht Weil die müssen Wenn sie auf eine Toilette Gehen wollen Sich eben Hinsetzen So So Frauen wollen vielleicht Auch im Stehen pinkeln Wäre zwar nicht so Comfortable Und würde wahrscheinlich Auch nicht so geil funktionieren Aber wenigstens Die Möglichkeit haben Und ich sag ehrlich Ich find auch als Mann Der natürlich auch Feministisch aktiv ist Fühle ich mich so Als ob ich mich da Einsetzen muss Und sagen muss Ey Da muss ein Wandel stattfinden Der Mann Wird auf einmal Schwanger Ja Da fangen selbst Die Ärzte an zu stauen Im Kern geht's darum Dass ich nicht möchte Dass meine Kinder Sich mit Transidentitäten Beschäftigen Und sich Gedanken Darüber machen müssen Wer jetzt wie ein Kind bekommt Und wer welches Geschlechtsorgan hat Wenn ihr meiner Meinung seid Dann schaut doch gerne mal Auf unserem basierten Podcastkanal Mann und Weib vorbei Wir sprechen viele aktuelle Und spannende Themen an Und lassen uns nicht Den Mund verbieten Ihr findet uns auf YouTube Und endlich auch auf Spotify Kapitel 2 Das sollte auch eben Seine eigene Entscheidung sein Weißt du wie ich meine Ich finde Eltern dürfen schon entscheiden Ob Kinder mit solchen Sachen Konfrontiert werden sollen Oder nicht Und wenn ich als Elternteil Zum Beispiel sage Ey ich möchte nicht Dass mein Kind auf eine gewisse Art Und Weise verwirrt ist Und Möchte nicht Dass mein Kind mit solchen Dingen Konfrontiert wird Dann sollte das eigentlich auch Mein Recht sein So Und dann ist es halt blöd Dass ich Angst davor haben muss Dass das Dem Kind Vielleicht in der Schule Oder im Kindergarten Von irgendwelchen Lehrern Oder vom Lehrplan Eingetrichtert wird Weißt du Das ist halt Schwierig Framing Framing passiert ja meist Noch ein wenig unterbewusster Als das was ich euch eben In den Beispielen gezeigt habe Sie hat also verstanden Was Framing ist Und wirft es uns vor Während ihr Video Eigentlich nur aus Framing besteht Denn um das schon mal vorweg zu nehmen Ich habe jetzt 44 Minuten darauf gewartet Dass sie mal mit Guten Argumenten Und guten Beispielen Erklärt Warum wir jetzt Recht sein Aber Die Das passiert einfach nicht Kapitel 3 Doppelmoral Hier aber mal ein paar Erklärungen dafür Was Doppelmoral wirklich ist Doppelmoral ist Videos zu machen Wie manipulativ Meinungsblogger sind Während man selber Ein Meinungsblogger ist Außerdem ist Doppelmoral Zu sagen Man möchte keinen politischen Content machen Während man dann Ein Video über Rechte Influencer macht Ich versuche ja tatsächlich Sehr sehr unpolitisch zu sein Hier mal ein konkretes Beispiel Wir bleiben beim Thema Ich finde die echt sympathisch hier Wenn die normal redet Sehr sehr unpolitisch zu sein Hier mal ein konkretes Beispiel Wir bleiben beim Thema Abtreibung Im Video Eure Kinder werden queer Slash Abtreibung Ist ein Golan Auf dem Marsch des Lebens Also einer Demonstration Von Pro-Life-Aktivisten Die sind größtenteils Gegen Abtreibung Als Zuschauer wird auch schnell klar Dass ein Golan Und ihr Kollege Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Die Ansicht teilen Dass Abtreibung Eben nicht gut sei Dies stützen sie Unter anderem Auf den christlichen Glauben Aber auch auf die Idee Dass Abtreibung Mord ist Ja Abtreibung ist für mich Mord Aber ich stütze diese Annahme Nicht aufgrund des Christentums Denn ich bin auch keine Klassische Christin Und ehrlich gesagt Nervt es mich auch Immer erklären zu müssen Welchen Glauben ich jetzt habe Oder an was ich glaube Und wie ich das auslebe Denn das ist Meine Privatangelegenheit Kannst du genauso sagen Digga Das war komisch Aber es ist natürlich Viel einfacher für sie dann zu sagen Ah sie ist Christin Das heißt sie hat dann natürlich Mehr konservative Werte Das heißt sie ist quasi rechts Wenn Ich feiere ein Golan Digga Wie die auf das Ding reagiert Sag ich dir ehrlich Golan jetzt logisch konsequent wäre Dann würde sie Diese Grundannahme Und dieses Argument Jetzt für jegliche Art Von Schwangerschaft anwenden Tun sie und ihr Kollege Aber nicht Ich muss sagen Ich bin generell auch Gegen die Abtreibung Aber in so einem seltenen Fall Wie zum Beispiel Eine Vergewaltigung Da weiß ich auch nicht Wie ich da als Frau reagieren soll Wahrscheinlich könnte ich es dann Am Ende doch nicht Also ich finde so eine Meinung Vollkommen okay Digga Ich finde es vollkommen okay Dass wir Menschen so So eine differenzierte Meinung haben Die jetzt nicht schwarz oder weiß ist Sondern grau Ich finde es vollkommen okay Dass ein Mensch so eine Meinung hat So Ich finde es voll krass Dass Von der Alisa jetzt quasi erwartet wird Dass es ein Entweder-Oder ist So Ja was jetzt Entweder ja für Abtreibung Oder nein für Ja ich habe meine Meinung ist so In der Mitte Oder differenziert Ich sage ey Grundsätzlich bin ich dagegen Aber bei einer Vergewaltigung Wäre ich offen darüber Also das ist dann für mich So Ist dann für mich Andere Umstände So Und Ja Da habe ich dann eine andere Meinung So weißt du So denke ich nämlich auch Und das ist doch vollkommen okay Wenn man so So denkt oder nicht Wenn wir das nicht erlauben würden Dann würde es ja nur Extremismus geben So Entweder linksradikal Oder rechtsradikal Du darfst nicht zwischendrin sein Das ist ja nicht der Vibe Bro Aber Naja So ist es Das macht logisch Einfach keinen Sinn Also du kannst nicht In deiner Argumentation Immer dich auf das Gottgegebene Kind Berufen Dessen Abtreibung Mord sei Und das alles als Prämisse nutzen Warum kann man das nicht Frag ich mich so Wer sagt Dass man das nicht kann Das ist so die Frage Die ich mir stelle Ist sie jetzt quasi da Also sie entscheidet jetzt quasi Wer was machen darf Und was nicht Oder was ist der Film Eine Frau eben nicht entscheiden darf Selbstständig abzutreiben Dann aber sagen Ja Moment mal Aber wenn das Kind Durch eine Vergewaltigung entstanden ist Ja dann sollte man das doch können Warum ist es dann kein Mord mehr Das Kind kann ja in der Theorie Nichts für die Vergewaltigung Das ist richtig Es ist immer noch Mord So Dann habe ich gesagt Dass eine Abtreibung Im Fall einer Vergewaltigung Kein Mord sei Das habe ich gar nicht gesagt Ich habe einfach nur gesagt Dass ich pauschal gegen Abtreibung bin Denn für mich ist es Mord Aber man sollte natürlich Lücken lassen Wenn so ein schlimmer Fall Wie eine Vergewaltigung passiert ist Denn für mich macht es keinen Unterschied Ob das heranwachsende Wesen Ein Tag alt ist Oder 50 Tage alt ist Denn es kann ja potenziell Ein echter Mensch daraus entstehen Facts Die Abtreibung ist grundlegend Ein sehr sehr schwieriges Thema Ist doch Sehr umstritten Und gibt sehr viele Einstellungen Und Meinungen Vorsicht behandeln sollte Deswegen passt es jetzt nicht Das mal so eben zu erklären Was da meine Ansicht ist Dieser Part des Videos Ist jetzt wirklich Nur private Meinung Als ich die ersten Clips Vom Kälzer der Neuzeit Und von ein Gollern In die Timeline Gespült bekommen habe Also diese viralen Die ich euch am Anfang gezeigt habe Die ich ja auch In Teilen witzig fand Sie fand es nur in Teilen lustig Sie darf es auch nicht witzig finden Denn sie muss uns ja noch kritisieren Das kann Ja dann wäre sie nämlich auch rechts Richtungen gehen Entweder Das sind junge Erwachsene Leute Die wirklich richtig Kritisch Eigenständig denken Habt ihr schon einen Vertrag Bei den öffentlich-rechten Öffentlich-rechte Ich krieg's deine Herz Bruder Öffentlich-recht Öffentlich-rechtlich Du meinst öffentlich-rechtlich Und somit Die ein oder anderen Logischen Fehlschlüsse Von Woken Ideologien Aufdecken Das mache ich jetzt auch immer Wenn ich Anführungszeichen mache Dann schnipse ich danach Das ist nämlich cool Hab ich von Alicia Joe gelernt Wirkt auch maskulin Sehr ehrlich Generell wunderbar ist Kritisch denkende Menschen Die auch logisch konsequent handeln Das ist eine tolle Bereicherung Für den Diskurs Oder aber Das könnte jetzt auch passieren Wenn ich mir die Videos Von denen genauer angucke Es sind vielleicht einfach nur Ideologen Von der anderen Seite Natürlich das Erste Wir sind selbstdenkende Kritische Menschen So langsam wird mir das Ein bisschen zu langweilig Also ich hab wirklich gehofft Dass da jetzt irgendwas Krasses kommt Und ich selber auch mal Erkenne Wie rechts und konservativ Christlich Ich bin Was ist also das Problem Was ich bei Kanälen Wie den eben kritisierten sehe Finde ich auch voll kritisch Dass man rechts Konservativ und christlich In eine Dings So versucht zu framen In eine Richtung framet So Das Problem ist Sie locken Mit logischen Und witzigen Videos Man kann nämlich Zum Beispiel Die Wokeness Zu Recht als Ideologie enttarn Widersprüche aufzeigen Oder absurde Auswüchse Dieser Theorien Ins lächerliche ziehen Allerdings gehen diese Creator Meiner Auffassung nach weiter So dass am Ende So empfinde ich das Jegliches Streben Nach weniger Sexismus Nach weniger Diskriminierung Und nach mehr Vielfalt Als irgendwie lächerlich Abgetan wird Darüber hinaus Werden Ideen geteilt Die genauso logisch Inkonsistent sind Wie jene Die sie in anderen Cliffs Auf der Woken Seite Scharf kritisieren Und enttarnen Sofern sich die Ideen Und Theorien Aber im rechtskonservativen Spektrum befinden Wird auf einmal Mit viel weniger Rationalität Mit viel weniger Logik Oder Wissenschaftlichkeit Gemessen Und meistens auch Viel mehr Framing angewendet Die Alternative zu Woke Ist nicht rechts Oder anti-woke Die Alternative zu Woken Und zu Anti-woken Ideologien Theorien Sind Wissenschaftlichkeit Rationalität Und wirklich Ergebnis Offener Diskurs Achtung Jetzt kommt mal Meine persönliche Meinung Vielleicht habt ihr mitbekommen Dass schon vor zwei Jahren Sehr Serious Ken sagt gerade auch Nach dem Video Denke ich mir I can fix her Bro Nichts ist verloren Bruder Jeder Mensch hat Hoffnung Auf jeden Fall Digga Also ich finde ja auch Man hat ja gesehen Dass das ganz klar Auch eine aufgesetzte Sache ist Und die wahrscheinlich Für das Video Ja extra In die Richtung Recherchiert hat Und dann auch Das Video so Aufgesetzt gedreht hat Dass es ja wahrscheinlich Nicht 100% Ihrer echten Persönlichkeit Entspricht Da muss man immer trennen Bei den meisten YouTubern Die sind im Internet Nicht so wie die Im echten Leben sind Also kann es gut Möglich sein Dass die Alice Vielleicht auch gar nicht so ist Digga Wie die jetzt hier In dem Video rüberkommt Weißt du Muss man ganz klar dazu sagen So Vielleicht ist die auch Eine rechte Verschwörungsmystikerin Im echten Leben Alles möglich Heutzutage Sehr sehr viele Gelder Gegen rechts ausgegeben worden sind Auch jetzt werden immer noch Millionen Euros Gegen rechts ausgegeben Und das könnte vielleicht auch Mit den bevorstehenden Wahlen In Zusammenhang stehen Ich weiß natürlich nicht Wer aus diesem Topf Geld bekommt Fakt ist aber Dieses Geld ist vorhanden Und wird natürlich Natürlich auch ausgegeben Nehmen wir jetzt zum Beispiel Mal ein Rezo Privat Guck Nämlich hier ist Nämlich ganz anders Ich verstehe mich super mit dem Aber man kann ja nicht leugnen Dass er wenn er so ein CDU Video macht Kurz vor der Wahl Dass das auf jeden Fall Einen großen Impact Auf die zukünftige Politik Des Landes haben kann Wie schon gesagt Wirkt dieses Video für mich Sehr erzwungen Und es fühlt sich so an Als würde man hier Akribisch versuchen Irgendwelche Fehler Oder falschen Fakten Herauszufinden Damit man jetzt Schlecht über diese zwei Menschen Über uns reden kann Sie wirft uns also vor Rechts und manipulativ Sie hat das Video gemacht Weil sie vorher Videos Gegen Böhmermann Und die Wokies gemacht hat Und dann Hate kassiert hat Ja so Das ist so dieses YouTuber Ausbalancieren Fuck ich kriege Hate Von der Seite Jetzt muss ich die andere Seite wissen Also eigentlich Ich fände es geil Wenn Leute auf YouTube Einfach real werden Und einfach ihre Meinung Äußern würden Und nicht auf Krampf Immer irgendwie Weißt du Weil das ist dieses Aufgesetzte auf Krampf Das bringt dich auch In so ein Dilemma rein Dass du am Ende Vielleicht selber Sogar gar nicht mehr Weißt wer du bist Weil du in der Öffentlichkeit Eigentlich so 100 Masken aufsetzt So Dass du im Privatleben Irgendwann auch Vielleicht anfängst Deine echte Persönlichkeit Weißt du Zu verlieren So Weil Das ist Deswegen mache ich das so Deswegen bin ich hier real Und echt Und scheiße auch drauf Was Leute dazu sagen Oder wie die mich finden Oder nicht Oder sagen Ey Bro Deine Sprache Oder wie du aussiehst Und was du tust Und so Ist mir alles egal Hauptsache ich bin authentisch Damit ich nicht mit mir Selbst struggle irgendwann Und da möchte ich gerne ein Sprichwort Einbringen Denn was ohne Beweis behauptet wird Kann auch ohne Beweis Wieder abgelehnt werden Ich muss mich eigentlich Gar nicht rechtfertigen Mir kommt es so vor Als würde sie sich selbst Vor Narrativen schützen Und mit diesem Video Kann sie sich wunderbar Von rechts abgrenzen Ohne zu definieren Was rechts für sie bedeutet Und ohne gute Argumente zu bringen Warum wir rechts sein Ich glaube sie hat Ein sehr gespaltenes Publikum Und ich denke auch Dass sie das bewusst macht Denn so kann man Wunderbar polarisierende Videos Hochladen Und viele Menschen Aus unterschiedlichen Polit Strategie Richtungen Schauen sich das dann an In einem Interview Hat sie mal folgendes gesagt Ich versuche ja tatsächlich In meinen Videos Auch wenn das Glaube ich fast niemand versteht Sehr sehr unpolitisch zu sein Vielleicht ist ihr ja mittlerweile Mal aufgefallen Dass alles politisch ist Egal was wir tun Wie wir reden Was wir kaufen Es ist alles politisch Ich meine es liegt an uns Ob wir gendern oder nicht Ob wir den Weihnachtsmann kaufen Oder den Transmann kaufen Und das mal nur so Als zwei Paradebeispiele Hauts Ist es fast schon gar nicht Möglich zu sagen Dass man keinen Politischen Content macht Zum Schluss möchte ich Alicia aber herzlich Für ihre Guck da kommt einer rein Und sagt zieh dir was an So Wenn ich jetzt Wenn ich jetzt jedem Gefallen wollen würde Würde ich mir jetzt was anziehen Aber weil ich mich so besser Und wohler fühle Weil es hier extrem heiß geworden Ist in Mexiko Sag ich I don't give a fuck Bruder ob du das fühlst Oder nicht Ob ich was anhabe oder nicht Du kannst einschalten Ausschalten Ist mir scheißegal Bruder Ich bin wer ich bin Digga Wenn du es nicht fühlst Und es dir nicht gefällt Digga Ich verstehe das Digga Dann geh einfach Werbung danken Gut verteidigt Obwohl du es eigentlich Nicht nötig hast Aber egal Wichtig und richtig So Schreibt mir eure Gedanken Dazu unten in die Kommentare Ich liebe euch Liebe geht raus An die ganze YouTube Community Wir sehen uns im nächsten Video Haltet schön die Ohren steif Meine Jutzen Bis dahin Peace out Digga So So Bis zum Bis zum Bis zum Bis zum Bis zum Bis zum